Creeper, Hilfe, 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 Hilfe ist eh nichts. So, hilflos bist du nicht. Hey, hey, hallo ihr Leute und willkommen zurück zu New Life. Genau, willkommen zurück zu New Life und wir haben wieder Sounds, denn der Floodplayer gerichtet. Warte mal, warte mal, hört euch das mal an. Ja, ja, ich hab wieder Sounds, ja Baby, ja. Du, du, du. Minecraft-Tine, das ist das erste Kind oder das zweite Kind von Max und, äh, von Max und Thamster. Ähm, ja, leider, eine schlechte Nachricht gibt es trotzdem wegen den Sounds, Leute. Und zwar ist es so, dass wir leider nicht das Modpack für euch zur Verfügung geben können, da sonst dieses Modpack wieder gelöscht wird und das müssen wir ja nicht machen. Ähm, es gibt aber noch das normale Modpack, da ihr das alle im Singleplayer wahrscheinlich spielt. Habt ihr die Möglichkeit, das Original-Modpack euch zu suchen unter Live in the Woods und euch zu installieren. Ähm, ja, wenn wir es rausgeben und öffentlich stellen. Ähm, ähm, es gibt ein Live in the Woods, das ich euch geben kann, einen Link. Ähm, allerdings sind dort nicht alle Mods enthalten, die hier jetzt enthalten sind, aber zum größten Teil. Weil ich hab mich dann, wenn ich ein bisschen schlau gemacht, hab mich ein bisschen umgeschaut, ja, es gibt noch ein Live in the Woods. Allerdings finde ich mich nicht, äh, nicht ganz, äh, ganz so ausführlich wie das hier. Ähm, packe ich euch in die Videobeschreibung. Und Kalle gebe ich das dann auch. Genau. Ne? Jawohl. Obwohl, ich weiß nicht, hat Kalle das überhaupt verdient? Keine Ahnung, wahrscheinlich nicht, ne? Also Kalle nicht, aber seine Zuschauer. Oh ja, vier Herzen, Alter, ich bin hier runtergesprungen, ich dachte, hier wäre Wasser. Oh, Glück, dass ich überlebt habe. Weil ich hab nämlich hier, hab ich Mischte gebaut. Ja. Weil diese Wand war zu kurz. Was war zu kurz? Die Wand hier, die war zu kurz. Achso, die Wand, ich hab das nicht ganz verstanden, was zu kurz war. Meine Zuschauer haben das in die Kommentare geschrieben, dass ich da Mischte gebaut habe. Ja, Metas, Metas, wegen dir ist voll der Shitstorm bei mir abgegangen. Was, wegen mir? Weil du gesagt hast, äh, hier, schreib dir Kommentare runter. Bei mir haben wirklich welche runtergeschrieben, was ich das gesagt habe. Echt? Das F-Wort. Cool. Weinblätter. Ey, die haben hier Weinblätter, sehe ich gerade. Ja. Richtig cool. Was es auch gibt, es gibt ja auch wirklich Hopfen, dass, ähm, ein, äh, Zuschauer hat mir das ausführlich geschrieben. Und ich müsste ein Villager-Dorf finden, bestimmtes, wo es Hopfen gibt, um Bier zu brauen. Ja, dann würde ich sagen, ab. Wir gehen mal auf die Suche irgendwann mal. Ach, hier, habt ihr schon mal einen Keller gesehen? Habe ich im Livestream gemacht. Richtig schick. Oh, nee, will ich nicht sehen. Mit sogar mit Geheimgang. Alter, mein Cousin will mit mir... So, nee, warte mal, bevor ich hier weitermache, ich muss nämlich noch was machen. Das ist mir nämlich das letzte Mal aufgefallen. Erstmal mach mal hier das alles weg. Das hier passt nämlich nicht mehr. Herr Laeus, lass uns mal kurz auf den Weg gehen, wenn du Bock hast. Ja, ich bereite mich hier gerade vor. Okay. Aber ist das geil. Ich habe mich ja letztes Mal schon vorbereitet. Jetzt witzig, hä? Weil das muss nämlich auch nochmal... Ja, ich weiß, ich bin schon wieder völlig am abratzen hier und kaputt. So, Kalle, wir können los. Aber das nur, weil das alles nicht stimmt. Warte, warte, da muss ich mal ein bisschen was loswerden. Bei meinen Sachen, Moment. Oh, ey, zubi, setzt wir mal los und dann... Ja, Mann, normal, ne? Ihr hättet mir mal helfen können. Was, wer bist du? Hallo, was machst du hier? Was machst du in dem Projekt? Wir haben dich hier gar nicht eingeladen. Was, ernsthaft? Einfach eingeschmuggelt, der Methos. Einfach eingeschmuggelt. Ja, ja, da war... Ihr habt da die Tür öffengelassen. Da lag noch ein bisschen Katzenfutter und plötzlich war ich drin. Das glaube ich ja sogar. Ich hatte halt Hunger. Das ist sogar wirklich noch glaubwürdig, Methos. Echt jetzt? Natürlich. Whoops. So, ich packe jetzt nochmal meine Sachen hier weg. So, die Klingel, die packe ich auf dem Weg gleich bei Alex. Äh, nein, ungünstig. Ich brauche die Teile noch, weißt du? Lyrus? Lyrus? Nicht tun. User in your channel timed out. Das wäre jetzt geiler gekommen. User in your channel timed out. Die hintere Wand, die muss komplett nochmal weg. User. So, channel tapert. So. Also, weißt du, was du tun hast? Abreißen. Hinterwand. Wir wollen aber... Das ist mir egal. Mach das jetzt. Weil ich das sage. Okay. Ich bin ja sowieso der Typ, der gemeint, dass du gearbeitet hast. Nee, ich bin doch fertig, Lyrus. Helft jetzt einfach schnell. Er macht das. Lyrus, ich kann dich gut leiden. Was kriege ich jetzt dafür? Äh, du darfst da mit Kalle spazieren gehen dafür. Da klingelt's. Mach nicht auf. Das ist, glaube ich, der Kalle. Das ist nicht gut. Können wir jetzt bitte unter meinem Video sehen. Hashtag, äh, Hashtag, äh, MrRiWistil. Das muss auch nochmal ab. Das muss auch nochmal ab. Dann möchte ich mich auch noch ein bisschen nach Hause. Weil, ich hab dann mich ein bisschen blödsinn gemacht. Weil sonst kann ich nämlich das nicht so machen, wie ich das gerne hätte. Das würde nicht passen. Das heißt, ich würde mich auch mal wegbuddeln. So. Oh, gut, dass ich noch eine Axt habe. So. Kommt sie rein, gehen sie rausgucken. Habst du wirklich? Ey, Bror, guck mal, was hier passiert. Was denn? Ja, guck mal, ich hab das zugemacht. Du hast das zugemacht? Ja. Nein. Das ist jetzt richtig so. Lass mich rein. Lass mich rein. Hey. Hallo. Lass mich rein. Mensch. Ey, das ist mein Keller. Und der muss hier so frei. Ich spring drauf rum. Ihr habt auch sonst keine Hobbys, oder? Bis es kaputt geht. Ja, ist kaputt gegangen. Ja. Echt jetzt? Richtig. Er hat es kaputt gemacht. Kalle ist böse. Genau. So, hier hinten her. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, eins, zwei. Oh. Jetzt auch zwei. Irgendwas fallen lassen. Jetzt stimmt das. So, so ist das geplant. Jetzt hat er sogar noch diese Klingel da mit unten drin. Ja, ja, ja. Das muss dann auch noch gleich noch ein bisschen weggeboten werden. Dann hab ich's aber. Dann hab ich's aber. Also nochmal mach ich das nicht. Ist das wirklich kaputt gegangen, oder? Nein, er hat es abgebaut. Mann, geh mal weg. Geh mal weg. Lairus, der klappt auch alles, ne? Hä? Lairus? Ja? Der Eifelturm steht bei Pisa. Alles klar, hier, deine, äh. Der klappt wirklich alles, find ich gut. Lairus, du schuldest mir noch 10.000 Euro. Ja. So, Lairus, wollen wir los? Wollen wir los? Wir wollen los. Ja? Lairus, gibst du mir die Platten? Hab ich gerade. Ah, find ich gut. Warte, ich hab auch noch acht Stück. Warte, ich hab auch noch acht Stück. Ruhe, sanft, so kleiner Gabscher. Bitte schön. Dankeschön. So, ich muss jetzt nur noch hier, die Klingel bei Max. Achso, der hat die. Okay, dann behalte ich die jetzt. Ah, das war unsere, so. Ach, Max hat sich einfach unsere geschnappt, der Schlawiner. Ja, ist clever, ne? Richtig clever. Witz, gib mir die Äpfel, ich mach Schuss draus. Hier, warte mal, hier, guck mal. Nein, ich baue keinen Schuss, ich will die Äpfel hier oben abbauen. Da, nimm, nimm. Ne, braue ich nicht. Nimm das jetzt, du. Okay. So, was will ich jetzt auf der Tür? So, warte, scheiße, mein Schwert. Nur noch ein Schwert machen. Oh. Kalle, wir kommen die Folge schon wieder nicht los. Steinmesser? Also hier mit der Farm, das muss anders werden, Leute. Steinmesser? So, Leute, jetzt höre ich mich viel besser an, weil ich viel leines Worten bin. Ey, es gibt ein Steinmesser. Ja, Kalle, wir wollen los, komm, sonst schafft man das wieder nicht. Dann ist die Folge schon wieder vorbei, wir haben schon neun Minuten. Okay. Ab, ab, ab. Echt jetzt? Wir haben schon neun Minuten, jep. Metos ist sowieso grad bei mir voll leise, das tut mir irgendwie voll leid, Leute. Aber ich will Metos einfach mit meiner Aufnahme haben. Was? Genau. Das, das merkt nicht. Das mit dem Regen ist zwar ein bisschen nervig, ähm, obwohl, lass mal lieber in die Richtung, in die Richtung waren wir noch gar nicht so weit. Klar waren wir da schon. Ja, aber nie, ja, nur da vorne, aber wenn wir weiter... Nein, da haben wir doch übelst den geilen Berg gefunden. Ja, okay. Lass uns mal einmal gerade durchlaufen. Dann lass hier gerade aus. Alter, an der Küste lang bin ich mit Metos in einen Tag lang gelaufen. Na, ich doch auch mit dir schon. Oh mein Gott, ne Kuh, Alter, hab ich mich erschrocken. Mit dem Regen, ich seh so wenig im Regen, Alter. Ja, die Frames gehen auch ein bisschen runter, muss man schon sagen. Also, das braucht echt viel, ey. Alter, ich hör Schlangen und weiß ich nicht was. Warte mal ganz kurz. Ich würde am liebsten den Regen ausschalten, aber wo bist du denn? Nein, lass den Regen an. Guck auf die Karte, hier, hallo. Bist du mich nicht? Warte, ich muss kurz was essen. So, ich esse auch mal was. Guck mal, ob das irgendwie... Echt mal fackeln, ah, die hab ich gar nicht mitgenommen, oder? Ne, keine fackeln. Vollidiot. Okay, ich hoffe, dass es bald aufhört zu regnen und ich hänge im Spinnweben fest. Ja, ich auch. Das ist doch schön. Der Regen. Sehr schön. Nass und so. Ja, gut, ich hätte vielleicht ein bisschen... Geradeaus ist Creeper. Egal, komm. Du steh. Oh, da ist ne Höhle, Alter. Hier ist ne Höhle. Was hast du denn für Schmerzen? Hast du Licht? Ich hab keine Schmerzen. Alter, bei mir hab ich gerade übelst Probleme. Moment. 37 FPS. What the fuck? Der Regen geht bei mir richtig weg. Also, zieht bei mir richtig weg alles. Ja, ich muss sowieso mal Minecraft mehr RAM geben. Bei mir hat er nur 1000 gekriegt. Kein Wunder, dass das... Das Modpack ist scha... Ich hätte mir... Oh nein, ich hab vergessen, ein Modpack mehr RAM zu geben. Jetzt weiß ich, warum es bei mir so spinnt. Ja, ja, bei mir doch auch. Oh, Leute, tut mir leid. Aber ab der nächsten Folge wird's wieder besser. Pass, ich hab nicht mehr 1000. Ich hab nur 889. Ihr wollt mich verarschen. Also, bei mir passt's doch. Kein Wunder, dass es immer so scheiße lebt hier. Und was ist das bitte für ne Ausdrucksweise, sag mal. Das ist ne Ausdrucksweise, die passiert, wenn man wütend ist. Ey! Reib mir nicht weg mit dem Licht, bitte. Ja, die Zuschauer, ihr wisst, was er zu tun hat. Ne? Shitstorm, kennt er ja. Genau, abonniert mich alle. Er gewöhnt sich da dran. Ja, nee, ja. Das war... Komm. Das war das allererstes Mal. Ich bin sonst eigentlich keiner, der so irgendwie böse Wörter sagt. Was sagst du? Hier ist noch Eisen. Warte, hier. Gib mir bitte einfach mal fackeln oder setz doch einfach fackeln mal hin. Na, das ist... Ich hab nur 7 Stück. Ja, kannst doch wieder abmachen. Du hast es nicht. Oh, ey, Karl, wenn du weggehst, dann hab ich kein Licht. Ich seh gar nichts mehr dann. Folg dem Licht, folg dem Licht. Ja, super. Ich will auch was. Warte mal, ich mach mir jetzt selber fackeln. Bin zu doof. Ich hab kein Holz. Ey, ich kann kotzen. Ich seh nichts mehr, Karl. Mach mal Licht an. Ich geb dir eine Fackel hier. Oh, wie nett von dir. Kannst du hinter mir herrennen. Hier ist Kohle, baum mal ab. Ich mach mal gar nicht, ne? Ey, bin ich dein Arbeiter? Mach selber. Ich hab keine... Oh, das sieht so geil aus, wenn du so ankommst. Ja, ich bin auch krass. Pass auf, ich geh mal weg und dann komm ich gleich wieder an. Pass auf, guck dir das mal an. Weißt, wie... Ey, ich muss die ganze Zeit hinterherlaufen. Ich weiß, wie das aussieht. Jetzt komm. Bitte, hilf mir. Hilfe. 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 Hilfe, ich seh nichts. Du bist ja nicht. So. Das können wir nämlich wieder abnehmen. Oh, das ist ja alles in Ruhe. Oh, da ist was explodiert. Ja, ja, alles gut. Stimmt nicht. Alles easy. Alles gut. Das ist gut. Du siehst ja wirklich im Dunkeln gar nichts, Alter. Ja, deswegen... Ich hab bei mir schon extra hell gemacht. War ich auch so panisch, wo du weggegangen bist? Ich hab bei mir schon extra hell gemacht. Keine Ahnung, warum das trotzdem so... Hast du jetzt meine Fackel abgenommen? Mann, Kalle, hinter dir ist ein Baby. Wegen dir seh ich wieder alles nichts. Hab die Fackel noch hingesetzt. Aber ich denke, was liegt an einem Shader, Leute. Oh, nimm es. Leck mich am Arsch. Geh weg da. Ich glaub, der hört nicht zu, oder? Der sagt, dass er schon wieder so schlimme Sachen hat. Ja, Kalle ärgert mich. Ich bin traurig. Ich will nicht mehr. Komm, lass wieder raus aus der Hülle gehen. Nimm die Fackel mit. So. Halt mich in Ruhe. Irgendwie in meiner Ecke jetzt hier. Oh, hier ist noch Kohle. Schon wieder ein Zombie. Ich weiß nicht, ob das da durchkommt hinterher. Hier ist noch Kohle. Hey. So, und diesen Quatschen bauen wir hier auch wieder ab. Meine. Ah, stopp. Kohl, warte mal. Dann fände ich ja hinten, ja? Okay, warte mal. Ich renne mal hier rum. Ach nee, wir sind ja von da irgendwo gekommen. Ich hab die Fackel immer noch nicht, ne? Die Fackel hängt da. Achso. Gut, dann hab ich nichts gesagt. Mensch, 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 Leiris, du. Ach, hier müssen wir raus. Hier hinten. Folgt dem Licht. Will in der Hülle bleiben irgendwie. Nee. Es hat aufgehört zu regnen. Oh, das ist Nacht. Ja, ach was. Es hat nicht aufgehört zu regnen. Aber ich möchte... Ja, Paller hat Angst im Dunkeln. Du müsstest verstehen. Hallo? Hallo? Auch wenn die mir gerade nicht sehr viel zuhören, die zwei? Wer bist du? Hallo? Kann ich dir helfen? Ich glaub, die haben mich gemutet oder so ein Quatsch. Ich glaub, da ist jemand. Nein, wir machen das, wie du das machst. Echt? Hast du das zugebaut? Dein Ernst? Nein, ich steh hier oben. Achso, hä? Wo bin ich da lang? Keine Ahnung. Hier? Nee. Bei den Fenstern. Bei den Fenstern. Da machen wir nochmal. So. Ich würde unbedingt gerne einen Dungeon finden. Oh, hier ist Lava. Wo bist du denn jetzt schon wieder? Ach, du jene Leiris. Ich komme jetzt zu dir runter. Auf jeden Fall schon mal ein Zombie. Da ist Lava. Du zieppte Gletscher. Geht das hier so? Schau, das ist noch L. 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 Richtig. Es sieht alles richtig cool aus. Vor allem mit dem Shader. Da unten ist ein Vieh, oder? Ja, da ich doch. Da ist ein Zombie. Aber. Da haben wir hier meine Fockelen. Aber guck mal, hier ist Eisen. Boah. Alter, Lyrus. Hier unten ist noch eine Höhle. Du hast mich gerade hier einen Block unter den Füßen weggebaut. Ich mir, das war ich nicht. Alter. Ich habe gerade Greenstein abgebaut. Hier muss da irgendwo dann ein Ding sein, oder? Oder ist der dann einfach nur so zu finden? Weil sonst ist doch eigentlich dann immer hier so eine Mob-Dings. Keine Ahnung. Oh Leute, was ist hier, Alter? Richtig mystisch. Jetzt kommt aber richtige mystische Musik. Dumm, 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 dumm. Ich habe leider keine Spitzhacke. Du musst das Eisen abbauen. Hey Leute, ich will auch mitspielen. Du redest noch die ganze Zeit. Ja, aber keine Sau hört mehr zu. Doch, deine Zuschauer. So, da haben wir noch Kohle. Schön. Aber es wäre auch schön, wenn ihr auch zuhören würdet, ne? Und da haben wir auch noch Erze. Wir sind aber gerade in der Höhle. Da können wir doch nicht zuhören, wie du baust. Echt? Metas, jetzt weißt du mal, wie ich mich fühle, wenn wir alle aufnehmen und du redest dann mit irgendjemandem. Mit meinen Zuschauern rede ich, ja? Nein. Mit meinen Zuschauern. Oder mit Yama. Ja, das ist ja auch sehr wichtig, mit den Zuschauern zu reden. Ich rede ja auch mal mit den Zuschauern. Hier ist noch Eisen? Ja, ich habe es gesehen. Also, warte mal, wo bist du? Ich finde meine Zuschauer sehr sympathisch. So, ich baue das Eisen noch ab und dann beende ich schon meine Folge, weil sonst würde die zu lang. Echt jetzt? Ja, echt jetzt. Ich will nicht länger jetzt. Alter, hast du das gehört? Alter, das ist ein Drache. Der bringt du zum. Was? Das ist ein Drache? Das ist ein Pferd. Das hört sich doch nicht wie ein Pferd an. Ach so, dieses Höllenpferd oder was, ne? So, aber wir können das hier ausloggen. Höllenpferd? Alter, das ist, das ist der Tod. Das ist der Tod. Ich bin ein schlimmer Alptra. Das hört sich wirklich wie ein Drache an, der irgendwie so ein bisschen fünf Jahre nichts mal gegessen hat oder sie einfach einfach speisen will. Du isst und dann dreht sich dein Kopf einmal, als ob du keinen Genick hättest. Junge, ich bin richtig krank, still zufrieden. Okay. Leute, das war's mit der Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Guckt bei Metos weiter, weil es wird ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen, blablabla. Genau. Na klar, so lange nicht mehr, weil ich werde jetzt hier... So, ich werde meine Folge jetzt aber auch beenden. Okay, wir können ja gleichzeitig beenden. Also würde ich sagen, Leute, wenn ihr es euch gefallen habt... Jetzt zum nächsten Mal. Warte mal, Kalle, du kannst mich jetzt nicht alleine lassen. Hier ist was gefährliches irgendwie. Ja, ich bin sowieso nicht da. Wir sind übelst weit weg. Also, Leute, ich gucke ganz böse. Ganz böse gucke ich, denn ich bin ganz böse. Ich bin ganz böse, du. Jawohl, leih bist du. Hallo. So, aber auf jeden Fall, Leute, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr natürlich einen Daumen nach oben geben. Das war's von uns. Wir sind jetzt weg. Wir wünschen euch was. Auf Wiedergeschauen. Ciao, bis zum nächsten Mal. Dann zeig ich auch mal. Bis zum nächsten Mal. Und bis. Tschüss. Tschüss. Tschüss.